Herzlich Willkommen nach meiner Folgekarte Ebro Thüringen. Kurze Pause gemacht, noch Grüne gegessen. Jetzt geht es weiter mit Feld 40 abschließen und Feld Nr. 29. Wir werden zu Geld kommen. Jetzt gehen wir auf die Feld Nr. 23 und 25. Da gibt es Mission zu machen. Gut, dass man merkwürdig gefunden hat, das Feld. Da wo wir jetzt Schaul hinkriegen, also wird schwierig. Für Cosplay, nicht für mich. So. Erstmal einen alten Cosplay lassen. Hier wäre so eine kleine Dringermaschine, vielleicht so eine, die man hinten anbauen kann. Weil, das hat mir hier, würde sich schwer tun. Dann gehen wir einfach, wenn wir erreichen. Und dann mal generieren. Das wäre ein ganz schwieriger Fall. Wenn wir Glück haben, geht es ganz gut aus. Dann haben wir noch Feld 25, bei der Maschinen zu stehen. Und dann müssen wir die anderen beiden Maschinen von 40 aufladen und von 29 zurückfahren zum Feld, wo der Nähe ist, auf jeden Fall machen können. Jedenfalls machen können. Na, das wurde sich schwierig. Gut. Mit einem Fahrzeug geht das auch. Gehen wir auf den nächsten. Gehen wir auf den nächsten. Okay. So, um wir gedüngt werden. So. Jetzt müssen wir kurz drauf schauen. Und zwar für 25. Dürfte einmal aufreichen oder zweimal. Ein Fahrzeug. Das ist immer wichtig, wenn man vorher mit zwei gearbeitet hat und man macht einen neuen Kurs mit zwei, dann macht man nur die Hälfte. Das war alles, wenn man leer zahlen muss, wenn man nicht aufpasst. Aber Gott, das ist halt so, ne? Man muss halt die Anne seit der normale Dünung halten. Also, mit den Seiten tauschen geht es auch. Bei den großen Fällen. Bei den kleinen Fällen ist es ein bisschen schwierig. Und da wollte der Kurs endlich gar nicht klappen. Mit zwei. So, jetzt fahren wir an den 29er Richtung Straße. Und einklappen. Waren die Aufkurse berechnet? Ich glaube schon. Mal gucken. So fahren wir am besten hin. Missionstechnisch. 28, 32, 47, 50. Möglichst in der Nähe, Feld 22. Feld 11 ist auch so, dass wir das hier sehen. Wollen grad sein. 15, ganz oben, zweit weg. Die Schiede 44. Ja, die 44, 40, 41, 42, 53, da unten Ecke. Ja, probieren wir mal aus, ob die 44 geht. Ja, die haben wir noch nicht. Ja, die haben wir noch nicht. Ja, gut. Was du sehe? In der Nähe im Feld nehmen. Das ist in der Nähe von 44, 45. Das wäre so, dass ich den Punkt wo man losfahren kann. Und das fährt das zumindest in der Nähe des Feldes. habe ich hier nichts hier ist keine aber man sieht am roten Strich dass er irgendwas gefunden hat und da will er hin und da fahren wir auch mal ganz grob mal den Weg gelangt mal schauen ob wir irgendwo wie gesagt wir können noch nicht mehr mit allem durch da ist hier so eine Ecke wo es noch nicht war mit Kurs einfahren wir hätten uns zur Hauptstraße fahren müssen und wer ist gegangen aber wie gesagt 44 Watt war noch nicht gewesen mit anschließen das ist halt eine FIFA-Map das habe ich nicht vergessen aber das ist ziemlich groß ist aber gut so lieber an den Timer nicht jetzt hätten wir noch die Folge überlangt wird guter Modus ach so quer über den Fall muss man auch nicht fahren macht man halt nicht normalerweise macht sich auch wenn es Pflegebereichung ist auch wenn es Pflegebereichung ist oh hier ist die Eisenmaschine ne Quatsch hier ist die Holz mal ganz kurz fahren wir hier weiter vielleicht ist da vorne was da vorne ist die Flaubenplantage und da ist es garantiert den Weg wir müssen halt den Weg einfahren langfahren sonst fährt er nicht mehr durch Hauptsache er macht es auch richtig weil ich nicht vor ich habe es ja direkt da haben wir schon die Pfeile gehen nach rechts das heißt gut wird zwar ein weiter Weg werden aber sie ja wie lange ungefähr ist das lupend ja gut vertraut die müssen um den anderen kümmern und den anderen kann man auch noch voll gemacht werden von 40 aber der ist ja dicht zu Hause da fahren wir auf die Straße und dann zum Hof der Hof ist ja gleich da vorne da fahren wir jetzt zum Feldrand das geht schon mit dem Traktor kann man hier runterfahren wo der ist ja ziemlich leer da müssen wir auffüllen und äh so die 3,20 ist fertig können wir gleich machen müssen wir erst schnell zum sie müssen auffüllen sonst dauert ziemlich lange und hier wollte ich mal gucken hier sind ja kleine ein paar Berge das muss ich noch ein bisschen äh farblich gestalten hier wollte ich eine Kase bauen hier das war nicht so steil hier kann man gut hochfahren und runter das geht hier sind die Hallen links und rechts links die kleinen Hallen und rechts etwas größeren die Mästen haben äh die Mästen die Strommast die beiden Dinger haben äh ja Mästen glaube ich was ich gerade jetzt brauche und die haben keine Kollision da kann man gut durchfahren also dort ist noch ein Problem so kommen wir mit 23 so und den checken wir jetzt ja hier wäre ganz gut irgendwo 19 19 ist ganz gut und dann ist für die mal ganz kurz werde ich aktivieren aber wir können es lassen nein wir können es nicht lassen die müssen die hinten reinklappen sonst irgendwo hängt er sich fest gut dass Probe das noch hinkommt gut dass Probe das noch hinkommt wir wollen nicht erst klacken wir wollen etwas verlaufen nicht dann können wir aussteigen dass ich sehe von außen ausnahmsicht so wo fahren wir am besten hin feld 8 da können wir hinfahren so feld 8 da können wir mal gucken dann müssen wir erstmal äh ne das Kurs ist fahren sonst fährt er mit ein das Kurs also der Kurs das Kurs das Kurs das Kurs also der Kurs ist genau hier vorne jetzt fährt er da entsprechend lang so feld 8 ich muss mal eine Maus deaktivieren so viele Probleme gucken was die Silage macht ob das schon verbraucht ist eigentlich nicht so das ist genau richtig 80.000 das scheint dass ich die genau vom LKW runternehme das passt das ist so das ist gut so mal denke zu ja gut schau mal der kommt nun Richtung feld 40 oder oder was auch hier unten war irgendwo so wie gesagt einige Straßen sind was ungünstig aber wo fährt der lang ach da wie gesagt das ist alles mit Eimatsstraßen gemacht das heißt so wie hier geht es nur in der Richtung und dann geht es hier zurück und genauso ist hier oben da geht es da hoch in die Richtung meines Wissens ist da oben sogar zwei Strecken also so genau weiß ich auch nicht mehr so da brauchen wir noch ein bisschen und da haben wir keinen und der fährt da steigen wir noch ein da steigen wir noch ein wir müssen jetzt mal schauen und hier sieht man genau Mitte von der Straße gefahren weil die so schmal ist wegen LKW oder so vergleichen das ist sinnvoll wie gesagt mit Kreis immer geschlossen werden weil ein Filter nicht gefunden das vergleich daran liegt dass hier da ist schon 40 da sind die eigene Fälle sind besser angefahren und die können auch runterfahren die haben auch noch den blauen Kreis schon ich glaube der blaue Kreis auch noch angekommen wird irgendwie aber das ist kann ich immer noch machen der Fahrer ist angekommen das finde ich gut fahren wir rauf aufs Acker in den Acker rein und dann machen wir immer Parklauf so ein bisschen so ein bisschen Geld verdienen Geh bitte ich höre sehr deutlich ich muss am Bus liegen so ich glaube der eine ist angekommen 60 da ist er lang gefahren gut gut ich stehe nicht im Weg so mal gucken was ich da eigentlich wollte das war ja im Feld und nicht hin kam ich glaube da kam eine Meldung 28 27 ich glaube 46 hat für mich 23 abschließen Dünger ist bei 50 und 47 kann ich mit aussuchen 50 und 47 47 47 schon mit Fichter ähm und kann man zu 50 ja wenn 45 ist ja wirklich weit weg war es doch für 46 47 ja 44 wo man ein bisschen merken kann ne 44 wollte ich machen 44 ist da hinten aber nur ein bisschen fahren kann man ein bisschen landschaft kennenlernen hier ein Maisfaller von der rechten Seite da ist auch ein Maisfall da ist die Pflaumenplantage 45 Scheiße und die Steine angekommen ach du und dann gehen wir auf die 8 ein segelwerk irgendwann ist er faul oder ist da ach so das geht ja so nicht weil ich gerade erst von hier einloggen sehe ich wollte sagen wieso er geht ja nicht ist angekommen der bursche jetzt gibt es doch gar nicht wieso kann ich den anklicken ist ja logisch geht ja nur eine übersichtskarte so so entschuldigung man muss ja ein bisschen rechnen optimal wenn man das normalerweise speichern würde aber nicht heute der ist bei der ist auch bei und hier fährt er doch ein bisschen hier muss er da fahren so warum er jetzt nicht dahin fährt weiß ich auch nicht wahrscheinlich hier fahren wir auch sagen wir sind am rand lang zu 44 und hier ist ein kurs auf aber wahrscheinlich ist das nicht so richtig oder hat naja müsste ja eigentlich mal wieder da sein hier ist doch die 44 hier ist mir ein bisschen schleierhaft fahr mal rüber da muss man mal gucken ja da bin ich aber es könnte sein dass hier nur da muss ich mir später mal schauen in aller ruhe wenn man da liegen könnte wenn ich dann einen punkt habe dann ist es aber zu ursprünglich auch fahren könnte na super du so lieben so das war es für heute gewesen ich danke beim schauen man be kommer wir auf die sache dann schütze und binde winke tschau und sehen wir uns mal wieder. Tschüss!